Er kniet vor keinem Banner nieder. So Leute, Lord der Wölfe zweiter Versuch. Eben sind wir an den Grail schon gescheitert. Wir nehmen nur Lord der Wölfe und Fähigkeiten. Die sind beide ungelevelt. Mal schauen. Solarenflammen ist an, die Erde ist an und die Leerenflammen ist an. Das heißt an den Grail schon... Kann man schon relativ gut mal in den Orbit zurückfliegen, wie wir gerade gemerkt haben. Muss halt schnell durchbrennen. Aber diesmal schaffen wir es. Wir sind da sehr zuversichtlich. Sollte jetzt direkt durchrennen und nicht springen. Das muss gehen irgendwie. Das sind heute halt meine zwei Granaten drauf. Da müssen wir halt ausweichen. Schießen nicht mehr. Oder auch jetzt noch nicht. Springe. So, jetzt wird es aber schwierig. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich weiß nicht, wie weit die Shotgun schießt. Ich glaube nicht, dass man davon da oben runterschießen kann. Also ich höre Granaten davon drin. Oh fuck. Achso, ich habe ja gar nicht die Flussionsgranaten. Was denn? Ja, sind schon fast alle tot. Den Ritter hole ich mir jetzt. Der macht ja eh keinen. Er ist schon fast tot. Läuft eigentlich. Der hat mich fast gar nicht getroffen. Jetzt wird es halt fies mit den Ogern, weil die machen leere Schaden. Ich wohne mal den Rechten direkt. Sei vorsichtig, wenn du ihn konfrontierst. Müsste eigentlich One-Shot sein. Er wird versuchen, dich hereinzulegen. Jo, drei Salven ohne Headshots. Ja, die Hexe ist halt schwer. Ich habe auch gleich keine Munition mehr. Schauen wir erstmal die Akkus hier. Oh fuck. Oh fuck, der kommt irgendwie mehr. Ja, aber ich habe den Ogern. Ich komme schon wieder mit dem. Dahinter ist mal einer. Äh, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich erstmal mit den Zonen Farmen gehen, weil ich habe nichts mehr. Und sonst nehme ich jetzt eine Synthese. Jo, ich habe gar nichts hier. Mal sehen, was man ohne. Ich habe 60 Stück dabei. 180 Schuss kriegt man ohne Spezialmonitions-Perk. Mit 243 oder so. Aber 180 sind auch schon ordentlich. Übermal 36 Schuss. Aufzugsfeld ist gestört. Catch genau über dir. Was war denn das? Nein, das ist auch nicht angekommen. Ist irgendwo hängen geblieben. Weil der Käpt'n macht das natürlich weg. Ich kann da auch nicht schießen. Öff den gar nicht. Äh, ich kann halt reingehen und mich killen lassen und mir den Sub anzünden. Schritt für den Ablauf. Wo ist das denn der Käpt'n? Das kräftet immer noch nicht. Jetzt kommt der Tarnix-Panner, gell? Wie reichen wir das, krass? Fuck, da kommt noch ein Sichtbarer-Scheiß. Ja. Das sind haufenweise Dings, die schießen halt auch mit der Shotgun, gell? Die haben auch lauter Hilfe. Die geächteten 3-Stück, 4-Stück, 5-Stück. Das kannst du nicht schaffen. Ich glaub nicht, dass ich da wieder rauskomme. Ich hab auch keine Granate, ne, kann ich quasi vergessen. Ich leb mich wieder, leb mich wieder. Sauber. Jetzt spamm Granaten rein. Das ist ein geiler Fail, man. Ich könnte da gar nichts machen. Wo geht man in der Sphären aus? Ja, sauber, sauber. Mein Super ist wieder voll. Nice. Also den Sniper können wir eigentlich ignorieren da oben. Wir müssen halt die Echte wieder killen. Ich sag Sniper, ignorieren und er killt mich jetzt. Ja, Sniper ist weg. Jetzt kommt der Tarnex. Ja, lass mal hier stehen bleiben. Äh. Fuck. Sauber. Der Klinger hat sich halt gar nicht. Er war vielleicht noch mehr zu mehr. Na o.k. Das lief bis ich das nicht schlecht sagte, ich bin schon 10 mal gestorben. Alex, an seine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet, Hüter. Aber ich bin erschlaut, dass sie immer noch dabei sind, dass man sich in der Horde kümmern. Die Waffe ist geil, aber es ist halt echt schwer bei Solarenflammen irgendwas zu machen, wenn die da von einem Seiten angewärts sind. Die fangen wir jetzt direkt im Tor ab, oder? Das muss man eigentlich. Links, links ist das. Ja, oder nimm du das rechte und das linke? Keine Ahnung. Ich würde erstmal sagen, hier, da kommt auch der Tarnix dann raus. Alter! Alter, du mir die Spezialbegezwung. Er kommt, er kommt, er kommt. Boah, wohin fortet der jetzt ist? Ah, ich geh auch nicht mehr hin. Alter, ich bin gleich tot, pass auf. Ich darf ja gar nichts mehr tun. Ich muss ein bisschen mehr rangehen, ich kann von hier nichts machen. Ist halt zu weit weg. Wenn das ein Schrot zu klappen, ich geh wieder nach oben. Ich komm nicht nah genug an den Rand, um in den Schaden zu machen. Du kannst mich eventuell wiederbeleben, wenn du durchfällst. Ich hab Feuerblitzgranate, da haben sicher mehrere. Das ist das nicht gut bei ihm. Boah, jetzt steht er gut. Ja. Er hat schon fast halbe Energie weg. Ja, danke für den Hinweis. Hinter mir schießt auch mal einer. Ach, der hat sich nach unten gefordert. Du kannst mich wiederbleiben, safe. Relativ hinter der Kante. Er kommt jetzt aber links, pass auf. Komm direkt zu dir. Sauber. Alter. Komm, Granate, komm, Granate, komm, Granate. Ich bin eben da wieder. Ich bin jetzt mit Granatensdauer, das ist ja 100 Jahre alt. Was ist denn mit den Granaten, wo sie den Loaden ist? Bist du ja auch gelernt? Das muss ich jetzt nach unten. Fuuuuuf. Fuuuuf. Fuuuuf. Ich bin wahrscheinlich tot. Nein. Irgendwie würde die Menschen einfach aufwollen... Ich glaube die ist weg. Wie sie kaputt gerattert werden, ich guck nochmal nach Spezial-Munition, ja, ja, ich glaube ich hab fast Max, jetzt kommt der Spinnenpanzer, ja, hast du ne Suche, ich nicht, noch nicht, aber gleich, geht's nicht weiter, ich hoffe immer in die falsche Richtung, jetzt geht er runter einfach Aber jetzt hab ich's, muss halt schön hinter der Wand immer bleiben Ich hab's überhaupt nicht, sollte jeder Schuss im Geländer hängen Das muss man ja eigentlich machen, dass der da runter kommt So, jetzt keine Ahnung, aber erstmal rechts die Gegner killen bitte, da kommen nämlich jetzt Nahkämpfer Aber die mit dem Arcus Schaden machen jetzt nicht so viel Aber der Dings macht halt Solarschaden mit seinem Geschütz Ich versuche mal von rechts an ihn ranzukommen, ich versuche mal nicht zu sterben Ich komm wieder zurück Machen lieber, dass wir die Gegner weg müssen, wenn wir mit Sphären haben Ich rette mich hier gleich schon wieder Ey, ich hab ja Logi nah an allen vorbeigeworfen Ich muss das mal defensiv spielen Ich hab halb voll mit deinen Sphären, aber du wahrscheinlich gar nichts, ich hab kein einziges Spiel mehr Ich treff die da nicht, keine Chance Kann da nicht durch dieses Gift erschießen Ja, er schießt schon wieder Du weißt, dass man das blaue Geschütz wegschießen kann, gell Ja, aber mit der Waffe wird das schwierig Nein, das ist zu weit weg Ich hab gleich wieder keine Munition Ich nehm eine Synthese Also irgendwie müsste man da dran kommen, keine Ahnung wie Ich weiß es nicht Die sind halt zu weit weg, kann die nicht dran Na gut, wenn der Nahkampf macht Ich versuch's nochmal Nee, das Nee, das Nee, jetzt wirst du schon wieder Nee, ich bin tot Pass auf Kann nix machen War ein Sprung und nicht aufgeladen Danke Nee, lass uns noch fertig spielen, das bin doch nix Das fliegt man nur in den Orbit irgendwann An der Hand kommen halt auch nicht an der Zwiebel schnutzbar Okay, mein Super ist aufgeladen Ich bin mal jetzt hier unten bei ihm Ey, du musst eigentlich nur voll neben ihm gehen Geh, 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 geh Ich hab ja unendlich viele Sphären gemacht Ja, ja, alle hinter mir Hinter dir auch noch Ab ihn, Alter Das ist dein super voll Ich hab ihm halt so viel Schaden gemacht Als ich neben ihm war Zehntausend mit einer Salve oder so Sein Hals offen war Ich hab mir die Sniper da oben gemacht Wo ist denn der? Versteh ich nicht Ja, ein schweres Kampf Fuck, ich bin tot Mach, mach, mach Ja, ich bin tot Ich bin an der dümmsten Stelle gestorben Ich hab sein scheiß Bein nicht kaputt Wenn du's kaputt kriegst und er liegt Dann kann er ja nichts mehr machen Aber ich war zu weit weg Ich hab näher rangehen müssen Kannst du dich wiederbeleben? Ja, ne, auch du dich wiederbeleben kannst im Notfall Da kommen Nahkämpfer Ja, dann renn rein Und renn durch mich durch Und schieß auf das rechte hintere Bein Das mittlere, rechte hintere, mittlere Bein Er schießt Das ist echt ganz guter Raum hier Ja, aber er ist offen, er ist offen, oder? Ja, jetzt ist er offen Ich hab nur noch neun Schuss Fuck, er macht Nahkampf Ich bin tot Pass auf, renn weg Renn weg Er lebt mich wieder Hol mich, hol mich Sauber Ich hab halt trotzdem keine Schuss mehr Mach mal, ich deck dich Mit was auch immer Nahkampf Äh, der trifft mich Der trifft mich Der trifft mich mit Nahkampf von hier Okay, ich hab wieder mal nichts vor hinter dir Ich hab jetzt auf jeden Fall Maximonie Der Raum ist gut Für Shotgun ist der gut Ja, sauber Ne, ne, der ist tot Pass auf, da kommt jetzt Gegner aus der Tür Ich fang die direkt mal ab Okay, wer hat Super Ach, er ist schon da Wir müssen ihn ja auslösen Du bist gestorben, oder? Ne Wenn dann hier Und du bist gestorben, okay Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Stalle hier ist Granatenspern Mein Super ist voll Er ist rum, er schießt schon Nice Er ist weg Oder? Irgendwas steht da noch Ne, er steht da noch Okay, ne, komm nicht, komm nicht Er ist weg Jetzt ist er weg Jetzt kann ich mich wieder belegen Das ist definitiv weg Steht am nächsten Punkt Das ist weiter so machen Einer rennt vorher, lässt sich killen Und dann Oder lässt sich ja nicht killen Nur so viel Schaden geben Hier links steht er Ich versuche nur irgendwie es fern zu machen, aber ich sehe jetzt glaube ich keine Gegner mehr Wo ist er denn? Weg, 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 weg Also auf jeden Fall können wir hier safe stehen, weil die Gegner kommen nicht rein, wenn wir mit Wort der Wölfe schießen Aber wir können halt schlecht reingehen und auf ihn schießen, so So viel hat er halt nicht mehr, aber Wie, wie, was macht deinen super? Was ist dein super? Okay, lass uns warten, dass ich von einem aufgeladen ist, wie auch immer wir das machen wollen Ich suche halt gelbe zu killen mit Granaten und leg sie schneller auf Müssen wir aber noch ein bisschen was abziehen, oder? Fühl ich ganz sicher Ich werde meine Granate aufgeben Das ist schon ein bisschen schwierig Weiß nicht genau Ich probiere mal irgendwie ihn zu treffen, da muss man nicht zu sterben Ne, keine Chance Ich schieße ja immer noch auf mich Das wird zu gut Ja, meins geht gar nicht so wie ich vorwärts Ich mach mal Personsgranaten rein, das ist ja so nix Macht halt deutlich mehr Schaden, wenn du mit der trippst Und ich mach mal Zeitschaden noch rein Weil es die zweite lädt sowieso bei mir nicht auf, weil ich so wenig bis zu gegengrad hab Ich hab halt Intellect dafür voll Ich könnte mal gucken, ob ich hier Hm, ne, kann jetzt nix machen Das ist halt echt geil Okay, wenn du dein Super hast, nicht sofort wiederbeleben Sondern suchen Ich werde auf ne Versuch- Ich werde auf ne Versuchskamada noch aufnehmen Wo soll denn? Ah, ich muss weiter hin Okay, die ist jetzt Das die Gegner mal aufziehen, nicht in mir Das ist super, Alter, aufziehen Das ist gut, dass ich jetzt nix Boah, da sind so viele Es wäre schön, da jetzt rein zu gehen Versuchs mal Ich bin wahrscheinlich tot Nein, doch nicht Ich bin wahrscheinlich Ich bin wahrscheinlich Ich bin wahrscheinlich Fakt, da links kommt ein Käpt'n rein mit Stapnell-Scheiße Was ist denn da los? Entdeck mich mal ganz kurz Ja, aber ich jetzt gar nicht Alter, sind so viele gegen mir gerade, ich kann ja nix machen Keine Granate, nein Keinen Super Komm rein Die machen ja nicht so lange, wie ich mit Solarwaffen schieße Oh fuck, er schießt hier rein Nein, da wollte ich nicht hin Ich schieße gezielt mit Snipern Aber auch Arcus spielt ganz sicher Mach mal, das ist eh super, oder? Der ist ganz links Der schießt auf mich jetzt gerade Oh, die killt mich aber gerade Muss man kurz wegnehmen Sauber kommt zu mir Bei mir ist ein Schrapnel-Captain Ich schieße von ganz hinten Ich kann gerade gar nichts machen Ich kann gerade gar nichts machen So, wir sind die Granate ready, dass ich den Käpt'n anwirken Na, der killt mich, fuck Ich geh mal mit dem Schild kurz den Sniper, den Käpt'n rein Oh, der geht gar nichts Der geht gar nichts Der geht gar nichts Der ist der Gefall Oh, er ist nicht hierher geteleportiert Was ist er denn? Ist da Ne, warte halt, ich bleib dich wieder und so los Ok Die Käpt'n sind gerade bei ihm Die sind jetzt beide bei ihm, das ist natürlich krass Ich hab sie beide getroffen, der Käpt'n ist tot, der eine Er hat auch glaube ich nichts mehr Ich geh mal hin, ich hab super Super, kannst du mich wieder blieben? Ja, probier's Was? Ich kann mich nie mal wiederbeleben Der Söldner ausgeschaltet Boah, ich bin da so Partik gekriegt worden Leute, Lord der Wölfe, so ne geile Waffe Wenn man sie nicht so behindert einsetzt wie wir jetzt gerade Die macht so Laune einfach Das ist so krass Umgelevelt schon echt geil Zuladenflammen natürlich deutlich stärker als normal Aber auch normal, da hast du so einen gelben Ogre mit drei Salben Und hast du weg Das ist richtig, richtig nice Und die Reichweite ist nicht so niedrig, wie da angegeben wird Sondern doch für eine Shotgun relativ gut Jetzt gucken wir noch kurz, was wir hier für Loot kriegen Wie lange wir gebraucht, dann wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so Ja, nice Das ist natürlich ganz starkes Loot 23 Minuten, naja, okay Bis dahin Leute, Lord der Wölfe holt sie euch Ciao, ciao